Hallo ihr Leckerschöne, herzlich willkommen zu Horstlich, da kocht heute ein lecker Kuhfleisch hier. Wir haben hier ein lecker Pötzchen, unser lecker Essen hier mit dem Serraza, mit dem, wie heißt der, Slim Massive und natürlich Tommy und Wurst kommt gleich auch in den Topf. Hallo, 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 Daisy. Herzlich willkommen hier in der Kochrunde. Wir sind sehr nett, aber das beste Fleisch abgeschnitten, das Kobefleisch. Und man sieht schon, der Cooking Pot ist knallrot, wir haben alle Angst, dass der gleich wie in einer einzelnen Luft fliegt, wie so eine Rakete so. Ja, und wir kochen hier zum ersten Mal Fleisch, der Cliffhanger in der letzten Folge. Ja, ich gucke immer da rein. Und wie lange dauert das wohl, bis das fertig ist? Sitzen wir jetzt jetzt durch zwei Stunden und ich habe noch so viel Fleisch, wir brauchen unbedingt noch ein... Haben wir noch einen Gaskanister, wenn der der ist? Einen Gaskanister habe ich. Okay, dann können wir echt alles durchbraten eigentlich. Oh, das werden wir mit mir mal nach einem Felschum suchen. Ich glaube, wenn das ganz rot ist, dann kann man das. Das kann man das wahrscheinlich rausholen und dann essen, oder? Ich gehe mal mit dem Benni nach dem Felsen suchen, wenn ihr das Lager haltet, okay? Ja, wir bleiben im Lager. Ich esse auch mal eins. Aber es ist heiß Curry, ne? Ja, ja, ihr pusten, ne? Ne, ist so ehrlich heiß, das ist knallrot, du darfst es glaube ich noch nicht sofort essen. Oh, oh. Also ich esse es jetzt. Also ich ötet uns einer und findet hier richtig gebratene Steaks. Voll geil, ich habe auch noch voll viel zu essen jetzt hier am Start, im Rucksack. Also wirklich, wir haben ja in der letzten Folge, falls ihr die nicht gesehen habt, die Kuh dezimiert, beziehungsweise gleich mehrere Kühe, was aber nicht sinnvoll war. Wir hätten sie alle choppen sollen. Erstmal eine Kuh und dann die andere lieber leben lassen. Aber so läuft's. Das hat so viel gebracht, oder? Ne. I have eaten some raw. Also es ist tatsächlich noch raw gewesen. Oh, das ist glaube ich nicht gut, oder? Ja, das habe ich auch gehabt gerade. Kannst du sick werden dann? Ne, ne. Also es wird nichts angezeigt. Ne, ne. Ich habe nichts gebracht. Ich brauche auch was zu essen, leider. Kann es sein, dass wir eine Pfanne dafür brauchen? Das dachte ich nämlich auch, oder ein Lagerfeuer. Hm, dann fällen wir jetzt einen Baum. Ich trinke mal gerade was, Benni. Achtung. Ja. Ja, für ein Lagerfeuer brauchen wir auch Steine, ne? Aber ich habe keine Pfanne. Shit. Ne, wir können einfach ein Lagerfeuer machen. Das sollte eigentlich schneller gehen. Ja, aber wir brauchen Steine. Wir holen Steine und wir holen... Ja, ja, wir müssen ja erstmal Steine. Wir suchen ja schon einen Felsen. Das mit den Steinen ist echt schwer. Ich glaube, hier sind keine Felsen. Und wir fällen hier mal einen Baum, ne? Ja, wenn nicht, dann ziehen wir einfach irgendwo um, mit ein bisschen weiter Land in der Land, sondern dann geht das schon. Wenn man bei unserem Topf stehen. Kommt der Steinbruch, da gibt es auf jeden Fall welche. Okay, das war einfach. Nee, ich fällt in den Baum hier. Oh, der sagt mir gerade, der sagt mir gerade, mein Maus tastes weird. Oh ja, ich habe, ich habe, I have a funny taste in my mouth. Oh nein, jetzt seid ihr alle krank. Von dem rohen Fleisch. Was haben wir getan, der nicht? Meine Axt ist jetzt kaputt. Was hat uns der Lafter da aufgeteilt? Meine Axt ist auch kaputt, aber es klappt trotzdem. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden hier nicht fündig. Ja, Steine ist ein bisschen... Aber ich kriege irgendwie kein Firewood. Ah, nee, geht echt nicht. Du kannst also nicht draufstehen, was wir mit der mittleren Maustaste machen. Ja, stimmt, ja. Ja, ja, genau. Ihr müsst ihr nicht fällen, ne? I have a funny taste in my mouth. Oh, oh. Aber das Fleisch ist knallrot, aber es passiert nix. Aber das geht echt auch mit meiner Axt leider auch nicht mehr, weil die ist ebenfalls ruined. Boah, die gehen viel schneller kaputt jetzt, habe ich das dumpfe Gefühl. Nee, ich glaube, wir sollten zurück. Ja, wir sollten auf jeden Fall umziehen. Ja, warte, wir kommen zurück zu euch. Wartet da. Nicht, dass wir uns jetzt trennen. Ich habe im Notfall auch noch ein Gaskanister, also pack das Zeug ein. Ja, alles mitnehmen. Ja, irgendwie wird es hier im Topf, glaube ich, nix. Ich habe den Topf mal dabei. Ich glaube, der Topf ist nicht so... Dann bauen wir eine Pfanne tatsächlich. Oder wir brauchen ein altes Lagerfeuer. Ja, das Lagerfeuer sollte, glaube ich, helfen. Ich habe den heißen Topf einfach im Rucksack gepackt. Ja, klar. Die Kochshow hier heute bei Let's Play Daisy. Aber ich finde es echt cool, muss ich sagen. Ich finde es auch cool. Das ist auf jeden Fall lustig. Und vor allem haben wir dann keine Nahrungsprobleme mehr so krasse. Das nimmt halt echt viel, wenn du einmal richtig fett kochst. Ja, wenn das Fleisch dann irgendwann auch fertig wird. Ja, obwohl das wird wahrscheinlich auch schlecht, ne? Ja, denke ich auch. Den müssen wir schnell Lagerfeuer machen, irgendwie. Ah, das wäre natürlich deprimierend, wenn wir jetzt tatsächlich verhungern sollten mit so viel Fleisch. Und jetzt haben wir aber auch gelernt, nicht roh essen dieses Fleisch besser, wie man hört. An den beiden Herzen Currywurst und Dennis W. Also das geht mir gut. Ja, mir auch. Beobachte euch. Wo ist denn jetzt das Holz? Da! Was passiert mit mir? Warte mal, die waren noch weiter da oben, oder? Ich muss schießen. Was macht ihr? Entschuldigung. Tollwut prässt aus im Camp. Ja, das war doch hier. Ja, wenn man ganz halt der Topf in meinem Rucksack total heiß ist. Ja, das war hier irgendwo. Wo ist denn das Holz? Ich glaube noch weiter. Da. Ah. Da sind sie ja, die Tönneschen. Ja, komm, dann gehen wir weiter. Nee, du musst mit der mittleren Maustaste drauf, ne? Nicht schlagen. Ja, mach ich ja. Mit der mittleren Maustaste. Boah, da fällt der Baum. Boah, alter Schwede. Okay, jetzt. Und jetzt? Ah, hier ist es. Schnappt euch das Firewood. Ich hab's, ich hab's. Sehr gut. Und warum brauchen wir Steinen? Um das zu umringen, oder was? Ja, wir brauchen Steine noch und dann müssen wir uns so ein Firestarter-Kick daraus craften. Kraften. Also wir brauchen einmal Steinen noch und dann sollte das, glaube ich, funktionieren. Ja, dann müssen wir mal noch ein bisschen nach Felsen suchen, oder? Ja, wir sollen jetzt auch nicht. Wir müssen ja nicht unbedingt durch die Stadt laufen, wenn wir jetzt essen. Also zumindest dabei eigentlich gar nichts. Das ist auch nichts Brauchbares. Ich brauche nur Steine. Felsen sind eigentlich schnell gefunden hier. Ja, suchen wir mal. Ich hab mal den Tommy. Sag mal, warte mal ganz kurz. Bleibt mal alle stehen kurz. Der gute Tommy. Ich bin wirklich krank. Ich bin sick. Hier laufen gerade drei rum. Nein, fuck. Genau das wollte ich hier nicht. Ah, das heißt nicht, dass heißt nicht, dass ich sterbe. Ah, ihr hättet das eben direkt machen müssen, euch überfressen. Aber wir hatten auch keinen Brunnen in der Nähe. Glaubt nämlich, dass das funktioniert, wenn man dann direkt kotzt. Ich trinke einfach noch was. Ich hab's jetzt hier. Wartet kurz, Leute. Ja, Moment. Ganz kurz stehen bleiben. Dann werden wir uns, glaube ich, alle ein bisschen verloren aussehen. Nee, wie ich weiß, wo ihr seid. Okay, ich bin nicht sick. Ich bin sick. Vielleicht warst du mir healthy. Noch geht's mir gut. Ich glaube, wir müssen jetzt weiter hier links. Dann kommt auch direkt das Steinmetz. Steinmetz? Ich bin da Steinmetz. Also da gibt's so einen Steinbruch. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall eine Survival-Note hier alles. Finde ich schon geil. Also wie gesagt, es ist schon da, nur ist es halt schwer zu finden. Wie findet ihr das denn mit dem Essen, dass man sich jetzt selber was produzieren kann? Und was würdet ihr noch gerne in DayZ sehen? Das ist auch mal eine interessante Frage. Was würdet ihr denn gerne noch sehen? Also abgesehen von den Fahrzeugen. Fahrzeuge. Lager. Lager. Helikopter wäre geil. Helikopter wäre geil. Helikopter wäre auch geil. Oder so richtige Lager. Oder so richtige Lager. Genau, das meine ich. Finde ich voll geil. Ja, richtige Camps, das wäre echt geil. Das stimmt. Das haben wir auch schon öfter angesprochen. Und dann 100er Server irgendwie. Und man kann dann mit seiner Truppe in so einem Dorf, man kann sich so ein Dorf bauen dann. Gibt es ja tatsächlich schon in der Form, nur halt leider nicht für die neueren Versionen. Oh, der Topf geht langsam, langsam ab. Kühlt langsam ab. Wo seid ihr, Jungs? Blumentopf. Wir laufen hier weiter den Berg entlang. Oh. Ist der Benni? Warte, wir haben den Benni, glaube ich, verloren. Aber ich bin vielleicht auch vor euch. Da sind Steine auf jeden Fall. Wo? Ich bin bei Felsen. Bist du über einen Weg gelaufen? Äh, Weg? Nee. Nee, nee, ist schon gut. Oh, der, wo ist denn der Benni? Ich bin direkt an der Straße jetzt. Hä? An der Straße? Da unten bist du dann ja. Nee, geht ja eine Straße auch parallel entlang. Dann ist der da drin. Dann ist der da drin. Es muss ja doch da runter sein. Ach, da sind Felsen. Ja, ich sehe es. Hau da mal gegen. Nee, nee, du musst einfach mit der Maus halten. Also nicht gegen. Da musst du Maus halten und dann hast du direkt einen Stein. Cool. Na, machen wir uns jetzt hier ein cooles Lagerfeuer und putzeln das Fleisch. Nee, aber hier geht das irgendwie nicht. Das geht nicht bei jedem Felsen. Das sind, glaube ich, nur kleine Dinger. Ah. Kleine Felsen, da geht das. Benni, Felsen schon. Oh, ich bin aus, Sicurie. Du auch? Ja, ja. Ja, überlebe schon. Wir brauchen was zu essen, damit wir kotzen können. Oder was zu trinken. Wir dürfen auch mal trinken. Ey, ich glaube nicht. Doch, doch, man muss ja eigentlich nur stuffed werden, oder? Hier vorne sind auch noch mehr Felsen, Benni, ne? Ja, aber das sind falsche Felsen. Das müssen so kleine Felsen. Kleine Steine. Das ist eigentlich Schwachsinn, aber das ist halt so. Ja, das finde ich auch noch ein bisschen sinnlos. Boah, der ist voll der Verrückte mit einer Spitzhacke. Ja. Okay, da müssen wir jetzt, da vorne. Wo? Da ist, glaube ich, eine Wanne. Ah, da ist eine Mauer. Oder? Da kannst du trotzdem mal gucken. Äh, nee, nee, das ist. Hier könntest du vielleicht mal, hier kannst du mal probieren. Das hier. An der Mauer? Das hier. Ach, nee, der hier, ne? Ja, das ist keine richtige Mauer, so ist es. Mein Stone. Ja, genau. Perfekt. Ja. Benni, dreht durch, Benni, dreht durch. Bist du einen Stein haben? Einen habe ich bekommen, ja. Gibt mir den mal, Benni. Achso. Kannst du mir den mal hier hinlegen? Jetzt ist es ruined, ja. Einen Schlag ging. Warte mal, äh, wollte er den hin? Hast du den genommen? Ich habe den, ich habe den, ich habe den. Kommi, kannst du den vielleicht hinlegen? Wie der Tommi die Steine klaut dir? Es liegt ihn hier auf die Straße. Ah, cool. Ja, da kann ich die Spitzhacke ja wegtun. So. Oder macht ihr noch Schaden? Ja, ich glaube im Kampf schon. Wie geht das denn jetzt? Nachbarn. Kann man ja mal testen. Meinst du, ein Stein reicht, Curry? Ich glaube, man braucht bestimmt mehrere. Achso, das ist jetzt hier auf der Straße. Nee, man, das ist nicht auf der Straße. Nee, aber ich weiß nicht gerade, wie das gehen soll. Ja, das frage ich mich auch. Also ich habe jetzt einen Feuerwort und einen Stein. Oder sonst. Vielleicht reicht das nicht aus. Hat jemand eine Axt? Äh, eine Spitzhacke. Nee, ne? Leider nicht. Leider nicht. Man muss auf jeden Fall ein, äh, Fire-Kit, äh. Ja, man muss nicht das irgendwie machen. Aber wie macht man das? Das Fire-Kit. Vielleicht brauchst du mehr Holz. Oder Sticks. Wollen wir mal nachgucken. Warte mal, ich habe Sticks und ich habe einen Holzblock noch. Gib das mal dem Curry. Bist du das hier vor mir, Curry? Mit dem roten? Bleib mal stehen. Ja, mit dem schwarzen, mit dem roten Rucksack. Bin mit dem roten Rucksack. Wie liegt da? Das ist, äh, ach okay, so. Bei Stöcke? Nee. Bin ich leider nicht, äh, verstehe ich jetzt nicht. Oh, hier sieht es auch ganz schlecht aus vom Wetter heute. Ich kann nichts kombinieren. Ja, nichts mehr mit so einem Schein. Nö, nö. Shit. Weiß ich nicht. Fuck. So geht das denn nicht? Das muss doch irgendwie funktionieren. Man muss doch dringend recherchieren. Kann doch nicht so schwer sein, sich so ein Fire-Base-Kit zu machen. Vielleicht brauchen wir noch mehr. Ja, aber das ist nicht so, wie viel Platz das wegnimmt. Okay. Eine Feuerstelle kann mit Streichhölzern erstellt werden, um eine Feuerstelle zu erstellen, muss ein flaches Gebiet gefunden werden. Geht teilweise auch an den Berghängen. Wenn eine flache Stelle gefunden wurde, die geeignet für ein Feuer ist, öffne das Inventar und rechts klicke auf die Streichhölzer, um die Feuerstelle zu erstellen. Du brauchst... Brennt ihr alle hin? Hat das jemand? Ich hab keine Streichhölzer. Du brauchst Holzscheite in einem Inventar, um ein Feuer zu entzünden. Im Interaktionsmenü der Feuerstelle hast du die Option, Feuer entzünden. Mit einem Stück Holzscheite solltest du das Feuer ein bisschen länger als 10 Minuten brennen. Es könnten mehr Holzstapeln im Inventar, bla bla. Stelle sicher, die Feuerstelle mitzunehmen. Ist das für die Standalone? Ich glaub nicht, dass das für die Standalone ist. Okay, warte. Hier ist es noch so neu, ne? Das ist halt auch das Problem. Also mit der Matchbox kann ich nicht... Gehen wir mal der Dennis... Gehen wir mal zurück. Der Dennis kann ja nicht mit der. Er ist hier gerade am rumsurfen. Muss nicht irgendwie dieses Fireplace... Ja, sorry, Freunde. Wir eruieren gerade, wie es funktioniert. Irgendwie muss es ja gehen. Ja, das gehört natürlich auch dazu. Okay, ich guck mal... Ich hab ein Tutorial, warte mal. Kann ich ein Magejumper vielleicht gerade fragen? Boah, ein Magejumper ist ja auch immer das Schwierigste beim Survival. Ihr nehmt einen Stein, ja? Ja. So, warte, ich guck mir das gerade an. Ihr nehmt sich den Stein. So. Ne, einen Stein hat der im Inventar. Le Stein. Ich guck mir das hier gerade auf, äh, ein Tutorial bei YouTube. Äh, ja, da ist der Stein. Das haben wir alle verstanden. So, und jetzt? Was macht er mit dem Stein? Okay, du musst Stein und Gold zusammenlegen. Stein und Gold. Ja, hab ich ja. Aber das geht ja nicht. Ich kann das nicht zusammenpacken. Und dann mit dem... Ich habe ja zwei linke Hände. Und dann mit dem... Dings entzünden. Heißes Tutorial, Alter. Das kann doch nicht wahr sein hier. Wie doof sind wir bitte? Warte mal. Wir werden verhungert. Ohne Scheiß. Ich trinke jetzt hier meine letzte Cola. Ah, hier Leute. Ne, doch nicht. Ah, jetzt komm. Warte, hier vor zwei Tagen. Jetzt habe ich es. Alter, das ist super lame. Das wir hier gerade machen. Ja, aber komm, Alter. Das gehört dazu. Ach, hier. Lagerfeuer. Ich bin da überhaupt nicht vorbereitet. Ach, die haben das Lagerfeuer-Thread genannt, weil man da über alles reden kann. Ach, Leute. Ich fragte Baiter gerade. Vielleicht weiß ich. Ja. Die Suche nach einem Lagerfeuer. Ah, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich glaube, ich hab's, Leute. Wo bist denn du? Warte, warte. Ich hab hier. Hat jemand mal... Warte, warte. So, jetzt kommt... Jetzt kommt mit. Der Major hat mir geholfen. Wo ist das? Ja, ich hab's, Leute. Ich hab's. Wie geht das denn? Erklärst doch mal bitte. Wo bist du? Man muss Bandagen, Bits-Sticks zusammenpacken. Da macht man sich ein Fireplace-Git. Das habe ich jetzt. So. Jetzt gehen wir irgendwo hin. Ich glaube, wir sollten dafür erst mal ein Plätzchen suchen. Ja, geil. Ja, wir braten heute noch. Danke, Mensch. Das kommt schon wieder. Ja, schön grüß an den Major. Ja, an den Major. Die Mayonnaise. Ein guter. Ist ein netter. Ist ein netter. Ja, können wir jetzt auch nicht bis nach Pakistan, sondern mach es jetzt mal hier. Sonst sind wir gleich alle anderen. Nee, wir müssen eine gerade Stelle haben. Hast du auch gelesen. Hast du vorgelesen? Und safe sein. Komm, hau, ich raus. Und hier ist noch voll scheiße, Leute. Sorry. Ja, hier sind wir überhaupt nicht safe. Nee. Boah, wie geil rot der Wald aussieht hier. Aber hier geht's doch, oder? Hier vorne. Hier sind ja etwas offenere Stelle. Versuch's mal hier. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Ist ja nicht dunkel oder so. Und dann dürfte es nicht so schnell auffallen. Geil. Gut gemacht, Curry. So. Und dann können wir warten. Wie geil. Wenn ich das Fleisch mal rein aus dem Topf, warte mal. So. Tu das Fleisch jetzt rein, Curry, ja? Hast du schon entzündet? Nee. Musst ja machen, du Hampelmann. Wie geht das denn? Feuer mit dem Dings. Haben wir Streichhölzer? Ja. Ich hab Streichhölzer. Regnet halt auch, ne? Achte, man muss auf Windrichtung und alles achten, ne? Kein Problem für unser Feuer. Komm, wer schafft das? Unser Feuer schafft das. Match went out because of the rain. Ja, geil. Oh. Wir müssen unter einen Baum. Ja, ich kann das immer wieder mitnehmen. Ich packe jetzt mal das hier weg. Das Kuhfell. Hier, guck mal hier. Mach das mal hier. Siehst du, wo ich stehe? Warte, warte, wo ist denn der Feuerplatz? So, nimm das mal wieder mit. Warum liegt da das Kuhfell? Ich weiß es nicht. Ja, wieso kann ich... Ja, da, wo der Benni steht eigentlich, genau. Ja, genau. Die Leute in den Kommentaren müssen schon schreiben, die Behindert, die sind, ey. Als Feuerplatz geht gar nicht, kann ich gerade nicht mitnehmen. Wer war das? Ich. Ha, ha, ha. Es war so laut und so nah. Wir werden durchdrehen. Immer mal wieder kleine Spezi in am Rande, Freunde. Warum ist das Feuer immer noch hier? Weil man das nicht mitnehmen kann. Doch, man müsste so einen mitnehmen können. Vielleicht brauchen wir genug Platz. Boah. Boah, wer war das? Das war doch ganz geil der Dennis mit seiner Magnum. Ich hab's. Okay, mach mal hier vor den Baum. Hier. Okay, also ganz nah an den Baum dran. Wie die alle mit dem Lagerfeuer am Rumpfutteln sind und wir machen wieder die Scheiße hier, ey. Geht das hier auch? Aber es ist gut. Naja, hier geht's vielleicht auch. Was ist der Baum hier? Ob wir heute noch das Lagerfeuer sehen werden? Vielleicht sollten wir einfach in ein Haus reingehen. Hier kann's doch gehen. Doch an den Tisch oder so draufstellen. Ja, hier müssen es gehen. You're no longer getting wet. You're getting wet. You're no longer getting wet. Oh, Curry. Hau rein, die Scheiße. Komm schon, Curry. Bin nicht gespannt. Ah! Yippie! Was, wie das geleuchtet hat, ey? Krass, ey. Aber ich kann das Fleisch nicht reinpacken, Kinder. Ach, doch. Was sag ich das? Entbrutzelt. So, da verlieh ich doch noch was. Boah, sieht was geiler dann auch noch was drauf hier. Komm her. Das sieht echt fett aus. Nein, alles bei uns. Der Hammer. Ah, komm, alle F3 hier, komm. Sondern jetzt erzählt der Sarraza seine schönsten Lagerfeuergeschichten und läuft einmal durchs Feuer. Er sitzt im Feuer. Boah, wie geil das aussieht. So, mach mal Fleisch drauf. Oh, Mann, 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 Mann. Bleib mal da sitzen, Tommy. Das sieht voll schön aus. Au, aua, aua. Alter. Wer hat hier kotzt? Ih, kotze. Ich kotze. Ah, geht weg, Leute. Geh, geht weg. Geh, geht weg. Geh, geht weg. Weh, du ekelhaftes Schwein. Wie hast du den jetzt gekotzt? Weiß ich nicht. Das hat er automatisch gemacht. Alter, wie der reingekotzt hat. Wie die Gegend abdunkelt. Nur weil da ein Lagerfeuer ist, ne? Halb viel Desi. Komm, setzt euch mal hin hier. Boah, das sieht mega cool aus, Alter. Das brutzelt das Fleisch schon jetzt. Ich feier das so krass. Ja, Mann, wir haben es hinbekommen. Geil. Ja, wir können die Folge jetzt noch nicht beenden, Leute. Wir haben Feuer gemacht. Wir warten jetzt noch, bis es gebrutzelt ist. Ja, wir können jetzt schon mal den Magenfeuer, Leute. Und geil wäre es jetzt, wenn es Nacht wäre, oder? Ja, ist es doch, oder nicht? Ne, es dunkelt einfach nur extrem ab. Aber sorry, du weißt, was ein bisschen behindert ist. Dass du unter dem Baum, dass da nicht mehr regnet. Aber das Fleisch wird nicht fertig hier. Vielleicht braucht es einfach lange. Vielleicht braucht es. Ich habe aus mir denn das Firewood genommen. Oh, Walle. Nein. Was hast du gemacht? Oh, Mann. Es liegt wieder da, es liegt wieder da. Hier, nimm das Firewood auch nochmal rein. Ach, krass, wie dich die ganze Lichtverhältnisse verändern. Alter, ihr seid so bekloppt, ey. Sofort wieder Tag hell. Ey, wie lustig ist das denn? Was ist da los? Ja, das ist irgendwie auch noch ein bisschen buggy. Wird voll dunkel. Ich habe nur noch ein 96, Leute. Jetzt hört auf. Okay. So. Bist du immer noch sick? Ja, ja. Ich will auch kotzen. Nee, du kotzt wieder ins Feuer. Ich habe ins Feuer gekotzt. Das sah so aus bei mir fast, ja. Seht ihr, also sind die alle nur noch bei paar und 40%, weil ihr da schon mal reingebissen habt? Nee, das war schon so, das war schon so. Ja, immer alle angeknabbert. Aber irgendwie werden die nicht fertig, ne? Ich glaube, wir brauchen einfach Geduld. Ah, die sind immer rot, ne? Ja, ja, die müssen, die kommen, die werden rot. Wann werden die denn fertig? Ich frage mich doch nicht. Ich hätte meinst gern Medium. Ja, ne, ein bisschen blutig. Wenn man's kennt. Aber nur Medium besser, nur wenn das Essen gut ist, weil wenn ihr nicht Medium esst, also wenn ihr dann ziemlich roh oder Medium esst und es ist nicht so ein gutes Fleisch, dann kann das böse enden. Das soll gesagt sein. Wir haben ja hier das Kurbefleisch. In südländischen Gefilden oder so, wo vielleicht nicht alles so, sagen wir mal in Thailand oder sowas, da sollte man doch eher well done nehmen. Ich spreche aus Erfahrung. Da habe ich gekotzt wie ein Gartenschlauch ohne Scheiße. Ich dachte, du hast den Porzellan-Express benutzt. Ne, Alter, das ging so ab. Das war echt der Horror. Ich habe echt, ich glaube, ich liege zwei Tage flach, habe nur rumgekotzt. Ich konnte irgendwann nicht mehr kotzen, da war nur noch Galle. Also, Major meint gerade acht bis zehn Minuten kann das schon dauern. Ja, dann machen wir doch mal kleine Geschichten, erzählt doch mal. Habt ihr schon mal Lagerfeuer in Echt gemacht? Ne, kenne ich ja jeder, klar. Du auch, Dennis, bestimmt, oder? Früher Imperienlager. Damals im Ferienlager wollte der Tommi eine Geschichte erzählen jetzt hier. Ne, ich wollte Dennis' Geschichte anstimmen. Damals im Ferienlager habe ich mir eine Blockfüte hinten reingesteckt. Was? Das Ding ist, ich bin ja am Fühlinger See aufgewachsen in der Nähe von Köln. Da haben wir oft Lagerfeuer gemacht. Und zwar in Echt mal coole Partys, so mit dem Lagerfeuer, da am Chillen. Das ist halt eine schöne, schöne Atmosphäre. Will ich hier auch unbedingt noch machen, so eine typische Kalifornia-Beach-Lagerfeuer-Party. Da gibt es so ein paar Strände, wo man das machen kann, ey. Das ist bestimmt cool. Vielleicht machen wir das ja, wenn ihr hier seid. Ja, Mann. Geil, ne? Dann schnappen wir uns die Gitarre. Ja, wäre geil. Und sowas alles. Machen richtig schön, Mann. Dann ist der Lab-Hippie gemacht. Nimm dir einen Laptop mit und dann Curry und ich sind dann dabei. Machen wir Livestream, machen wir Hangout. Hangout vom Strand, genau. Der Tommi hat sich gerade übrigens gemutet. Das ist mir gerade aufgefallen. Tommi, falls du noch ein... Hallo, Tommi. Nicht, dass das ein Fehler war. Du warst gerade muted bei mir. Aber ich müsste... Aber ihr hört mich jetzt, oder? Jetzt kann ich dich wieder hören, lieber Tomms. I want to eat something. Scheiße, Mann, Leute. Ja, ich habe auch langsam coole. Langsam ist gut. Man muss nur echt aufpassen, meint der Major gerade. Also, dass uns das nicht verbrennt. Aha. Man, ich fühle mich wie so eine nötige Hausfrau. Wer ist jetzt der Koch? Okay, du bist der Koch. Du bist der Grimmmeister. Oh, lecker, lecker. Guck mal hier. Er ist der Larva. Arankofstank. Wie geil ich mich hier... Warte mal, ein bisschen zurück noch. Und jetzt setze ich mich hier auf dieses schöne Fell. Ich schreite immer jemand. Oh, ist gemütlich, das Fell. Das sah vorher besser aus. Ja, liebe Leute. Es brutzelt in der Kiste. Und es dauert noch ein bisschen, wie man vom guten Curry erfahren hat. Es ist aber schon so lecker aus. Es brutzelt in der Kiste. Oh ja, ne. Yummy, yummy. Ich hätte jetzt auch richtig Bock auf so ein... Kannst schon verstehen, wie ihr eben einfach reingebissen habt. Also, wie ihr es... Ja, wir mussten es einfach tun. Weißt du, was geil ist? Du lebst in so einer Zombie-Welt, weißt du? Und du findest dann eine Kuh, schlachtest die und musst dann erstmal ein Lagerfeuer und so machen. Dann hast du das leckere Fleisch, was ja gar nicht tropft im Rucksack, dabei und kannst es nicht essen. Wie lange hält sich das überhaupt so? Lagerfeuer 10 Minuten. Ne, ich mein, das rohe Fleisch im Rucksack, das stinkt ja auch irgendwann. Ja. Vor allem ist es wieder schlecht dann, ne? Ja, ne. Warum die fliegen? Mmm. Vor allem ist es wahrscheinlich voll unergiebig, wenn das nur 5% Essen ist. Ja. Sein ist hat die Effizienz von Reis. Müsste es ja eigentlich haben. Ja, Reis ist eigentlich das Beste, ne? Ja. Wüsste, was es gibt so. Theoretisch können wir jetzt auch den Reis kochen und vielleicht ist der dann noch besser. Hat jemand Reis? Reis-Aroni? Ne. Ich hab Reis, ja. Was, du hast Reis? Geil. Ihr könnt mir doch mit dem Wein, Gaskochtopf, warte, 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 wir brauchen da noch Wasser wahrscheinlich, oder? Ich hab noch Wasser in der Flasche. Ja, Alter, dann stellen wir den Gas-Dings hier auf, dann machen wir das. Steht schon. Ich hab aber noch einen Gaskanister, äh, ja. Ah, hier vorne, ja. Warte, ich hab den Topf, ich hab den Topf. Muss ich hin? Ja, mal lecker, lecker, brutzel, brutzel, brutzel. Ja, verliegt, hallo. Richtiges Essen heute, ein ganzes Menü. Ich fühl mich hier gerade nicht, ich fühl mich ein Game durch. So. So, ja, und jetzt den Reis rein, Moment. Ja. Ähm. Rein in den Shit. Was kann ich denn machen, hm? Oh, jetzt hab ich's in dein Leben gelegt. Wie krieg ich's denn den... Brauchen wir Wasser? Achso, in den Topf, okay. Ich glaub, wir brauchen kein Wasser. Warte mal, ich mach das. Ich mach das. Okay. Ne, Reis kannst du nicht kochen. Schade. Vielleicht muss ich mir erst Wasser in den Topf machen. Vielleicht erst Wasser. Mach mal, mach mal. Oh, das wär's. Ja, aber wie, ich kann das nicht machen. Gib mal her, das, äh, Wasser. Nicht mit Drops, mach. Ich, ich kann's einfach mal draufziehen. Ja, genau. Mir geht alles nicht. Mach doch nicht. Komm, da packe ich auch noch Fleisch rein. Vielleicht geht das schneller dann. Ach, nee. Hä? Portable Gas Slam. Erstmal kurz was vom Reis. Ey, dafür war der nicht gedacht. Du Asi, Leute. Ey. Oh, ich hab auszusehen auf Eat All gemacht. Ist das schlimm? Ja. Ehrlich? Kannst du abbrechen. Ein Witz, Alter. Ich glaub, dann hättest du dich auch sofort übergeben. Ich wollte gerade schon die kleine Pistole rausholen. Ja. Ist nicht mein Reis. Und danach die Waffe meinst du, ne? Also mit Dennis wird's auf jeden Fall im PvP spielen. Der immer so anspielt, dass ich voll das schlechte Delsie-Spieler bin. Oder Steak brutzelt nach vorne hin. Alter. Ja, ja, Walle, komm, ist gut. Leute, ihr nehmt das alles wieder viel zu leicht auf die Schulter hier. Ja, wenn der Walle gleich abgeschossen wird, lag ich. So ein Lagerfeuer ist auch gar nicht auffällig. Ja, wir sind ja jetzt schon ein bisschen den Berg hochgelaufen. Eigentlich nicht, weil wenn du jetzt hier rausgehst, ist es Tag, hey. Meinst du, wenn ich jetzt furze, ne? Dass die Stiefflamme kommt. Ey, aber das Fleisch wird einfach nicht fertig, ey. Aber guck mal, wie krass das leuchtet. Das sieht man auf drei Kilometer Entfernung. Ja, aber wir haben es ja in Wirklichkeit nicht dunkel. Ja, trotzdem. Sieht aus wie so ein Leuchtsignal. Wir sollten das echt lieber in Gebäuden machen. Ja, das muss man meilenweit sehen. Sorry? Ich hab nichts zu trinken, nee. Da freue ich mich schon auf die Spieler, denn die Server sind nämlich ziemlich voll. Ja, mittlerweile. Vielleicht kommen ja gleich noch ein paar andere Leute und wollen hier mitessen. Wir haben eine Strandparty auf dem Berg. Wäre echt lustig, wenn es jetzt noch ein paar anschließen würden. Ja, die klauen unser Essen hier. Meins. Boah, das braucht aber ewig, ne? Boah, das braucht wirklich lange. Boah. Ich hoffe, wir haben in der nächsten Folge dann endlich was zu fressen fertig, oder? Bieder! Nee. Dann bin ich verhungert. Witz. Wollt euch nur mal testen. Was du verhungerst? Ey, wir haben jetzt den Gaskocher plus Lagerfeuer. Wir sind wirklich hungry, ey. Wir haben die Küche aufgebaut, ey. Oh man, ich brauche was zu essen. Hat jemand, aber es hat niemand einen Salim weg, ne? Da liegt immer noch der Reis. Leider nicht. Jetzt wird er von jemandem falsch weiß. Tobi, ey, gepäer den Reis. Ihr Schweine. Tobi, der Reis liegt da. Im Feuer. Den Prozent. Ey, wir brauchen auch was zu essen, Dennis, alle. Ja, liegt doch da. Feins. Oh, weg ist er. Ey. Ja, was meine ich? Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass das Fleisch heute noch fertig wird. Und ob ihr gerne ein Stück abhaben wollt. Ich schicke euch gerne was nach Hause. Postwendend auf den Grill. Oh, der ist weiter. Ewig. Junge, Benni, guck nicht so, du machst mir Angst. Warte, du sitzt mit dem... Oder irgendjemand sitzt mit der Mitte in dem Feuer. Okay. Hier keine persönliche Duftnote. Warte, jetzt leg ich das wieder hin. Da liegt das. Reis. Der Reis. Alter, wäre so geil, wenn wir gleich alle einen Headshot kriegen und jemand unser Fleisch klaut. Ja. Mein Fleisch. Voll der Scheiß, so weiß man. Wow, der Fingernzeit. Du sitzt die ganze Zeit so 10 Minuten hier. Und dann kommt jemand, bollert dich einfach weg. Ja, und nimmt dein ganzes Essen weg. Aber nicht wegen den Waffen, sondern nur wegen dem Fleisch. Ja, Sigi. Wie viel Reis haben wir denn noch? 60%. 40%. 40%. 40%. Ja, dann beiß auch noch mal rein, dann beiß ich auch noch mal rein. Also ich mich frage, wie weit man das Lagerfeuer denn sieht. Ja, haben wir doch gerade diskutiert. Ziemlich weit. Ja, ist schon ein Stück. Man muss ja... Und das Fleisch wird einfach nix. Oh, da ist Morphium. Hab gedohnt. Nee, das ist ruiniert, genau. Deswegen hast du Dreck geworfen. Im Wald kannst du doch nicht dein Müll in den Scheiß. Aber Benni, du kannst mir mal den Reis geben. Ich bin nämlich gleich auf jeden Fall starving, wenn das so weitergeht. Ihr habt den hier in der Apokalypse. Ihr habt den Reis. Sorry, glaub ich. Nee, der lag hier vorne. Hab ich genau... Der Benni hat den. Der Tommy hat den wieder. Nur weil's der Sarata ist. Das ist in den Schnee noch gebunkert, das ist nicht, Alter. Ja. Survival Game. Danke dir. Hier geht's um alles. Wer braucht den? Wer ist denn noch hungrig? Ich bin durstig. Hat immer was zu trinken? Nicht mehr, leider. Aber... Aber wieso? Ich geb dir den direkt wieder. Ich hab nur einmal gegessen, Tommy, hier. Ja, ja, kein Ding. Liegt direkt vor meiner Nase. Jetzt bin ich nicht mehr hungry. Das ist schon mal ganz gut. Immer noch roh. Alter, wie lange dauert das? Wie lange dauert das? Also wir zeigen das jetzt so. Ich darfst nichts mehr sagen. Wir lassen das jetzt auch mal laufen, bis das Fleisch fertig ist. Ja, wir brauchen echt Geduld ein bisschen. Wer hat denn da seine Hose in das Feuer gelegt? Ich, damit es schneller brennt. Nee, das ist eine alte Hose. Jetzt kann ich nicht mehr auf das Feuer zugreifen. Ja, deine alte Hose. War, hätte ich nicht vor allem waschen können. Aber ist doch mit Persil. Nee. Meck das Fleisch danach. Also Major Saft, man sieht das auf jeden Fall. Weil die heißen dann anders und sehen dann auch etwas anders aus. Ja, ich hoffe, dass die ein bisschen anders aussehen. Ja, das ist wirklich jetzt, also das hätten sie schon ein bisschen schneller machen können, finde ich. Muss ja nicht real-time hier kochen. Ja, das ist schon übertrieben, ne? Ja, also wirklich, also naja. Ja, echt fünf Minuten von jeder Seite. Ja, tatsächlich. Wir lachen auch drüber. Könnt's ja im Spiel nicht mehr ernst nehmen, aber. Es wird doch dunkler. So oder so. Ich hoffe mal, das Feuer geht uns nicht aus. Das wäre so bitter. Ey, das sieht man so weit weg. Wenn ich jetzt, ich renne mal gerade unten auf die Straße. Das wird jetzt auch immer schlimmer, je dunkler es wird. Oh, eins ist fertig. Eins ist fertig. Nee. Ja, jetzt zwei sind fertig. Oh, scheiße, das Buckel. Alter, wie, das Fleisch klaut. Warte, lass dir erstmal alle fertig braten und dann tun wir neue drauf. Oh, man sieht das extrem. Wieso darauf warten? Alter. Jumis. Aber das ist noch voll heiß. Das ist noch voll heiß. Das ist meins, das ist meins. Heiß, 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 heiß. Oh, lecker, 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 lecker. Da bret ich nicht die Gaumen. Alter, wie geil. Kann man das einfach so essen? Ja, ja. Noch rot bei mir. Oh, Leute, dann lasst euch mal schmecken, ne? I've eaten some cooked co-steak. Wie aus ihnen hundekeks. Kraussteak. Geil, ey. Ich probiere es auch jetzt. Oh, ist das lecker, du. Man ändert sich eigentlich nicht, das ist immer noch. Ja, klar sind wir noch sick. Nee, aber... Wie, der hat das mit einem Happen komplett aufgegessen? Ja klar, wir sind doch alle umgrieb. Ja, aber bei mir hat sich nichts verändert. Nee, bei mir auch nicht. Du warst ne Scheiße, Alter. Oh, das war so klar. Oh, die Enttäuschung, ey. Wo höre ich mich eigentlich immer doppelt? Beim Sarazah. War es niemals. Das ist möglich. So was würde ich niemals tun. Niemals. Niemals würde ich so was tun. Also die geben schon relativ viel. Also ich habe hier noch 80 Milliarden Steaks, Leute. Die müssen alle gebraten werden. Ja, die nächste, also das Feuer ist voll. Wir können ja in den Topf noch welche reinpacken. Können wir noch den Holz wieder drauflegen jetzt eigentlich? Der Topf ist auch voll. Ja, das müssen wir sogar gleich. Ja, dann müssen wir noch einen Baum fällen. Doch, ich kann da noch was fällen. Müssen wir jetzt wieder 10 Minuten warten oder was? Scheinbar. Aber das machen wir jetzt dann bis in die nächste Folge. Immerhin hat es geklappt und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Ciao mit Daisy. Ciao, ciao. Endlich hat es geklappt. Die Kochshow ist am Laufen und das Kochen dauert aber wirklich extrem lange. 10 Minuten oder so saßen wir jetzt knapp da, bis so ein schönes Stückchen Fleisch da mal fertig ist. Das ist ja wie im Real-Time, wie im echten Leben. Da werden wir auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen vorbraten und dann weiterziehen. Vielleicht auf der Elektro, mal ein bisschen Action wieder zu geben. Hätte ich Bock drauf. Ihr hoffentlich auch. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020